Bei vielen Menschen stimmen die körperlichen Geschlechtsmerkmale mit dem seelischen Geschlechtsempfinden, also der Geschlechtsidentität, überein. Was ist aber, wenn das nicht so ist und wie kann man die biologischen Hüllen des Geschlechts sprengen und zumindest juristisch dem Geschlecht zugehörig sein, dem man sich eben auch verbunden fühlt? In Deutschland sind diese Fragen noch im transsexuellen Gesetz geregelt, allerdings steht schon ein neues Gesetz in den Startlöchern, was noch im Jahr 2024 erlassen werden soll, ein Selbstbestimmungsgesetz über den Geschlechtseintrag. Aber kurz nochmal zum transsexuellen Gesetz. Ein Gesetz, was 1980 erlassen wurde, damals ein großer Fortschritt, weil es erstmalig möglich war, erstens seinen Vornamen zu ändern und zweitens die sogenannte kleine Lösung im Rahmen der großen Lösung auch rechtlich dem anderen Geschlecht zugeordnet zu werden. Die Voraussetzungen dafür waren allerdings aus heutiger Sicht zu hoch. So war es beispielsweise so, dass wer sich nicht mit der kleinen Lösung begnügen wollte, also die große Lösung, die rechtliche Geschlechtsänderung wollte, der musste seine Ehe aufgeben. Grund dafür war, dass sich der Gesetzgeber damals noch keine Ehe für alle vorstellen konnte. Das Bundesverfassungsgericht hat dann noch zwei weitere Voraussetzungen für verfassungswidrig erklärt. Nämlich war es so, dass man sich für die große Lösung einer geschlechtsumwandelnden Operation oder einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen musste und zeugungsunfähig sein musste. Auch diese beiden Voraussetzungen gelten heute nicht mehr. Vielen gehen diese Änderungen aber noch nicht weit genug. So wird das Verfahren häufig als entwürdigend kritisiert. Es bedarf nämlich eines entsprechenden Antrags beim Amtsgericht. Das muss dann die antragstellende Person von zwei Gutachtern begutachten lassen. Die müssen herausfinden, ob sich an diesem Geschlechtszugehörigkeitsempfinden zukünftig wahrscheinlich auch nichts ändert. Man kann sich vorstellen, dass im Rahmen dieses Gutachterprozesses auch der antragstellenden Person Fragen gestellt werden, die eigentlich ehrlich gesagt niemanden etwas angehen. Damit soll jetzt aber mit dem neuen Gesetz über die Selbstbestimmung über den Geschlechtseintrag Schluss sein. Dieses Gesetz kommt wahrscheinlich noch im Jahr 2024 und danach bedarf es jetzt keiner Begutachtung durch dritte Person mehr, keine Zustimmung einer dritten Person, es sei denn, man ist minderjährig. Ansonsten kann man durch eine einfache Erklärung gegenüber dem Standesamt Vornamen und Geschlechtseintrag ändern. Lediglich eine Antragsfrist von drei Monaten zuvor muss eingehalten werden. Zudem ist es so, dass es auch eine Rückänderungsmöglichkeit gibt. Also wenn die Person in Zukunft möglicherweise den Eindruck hat, dass sie sich doch eher dem anderen Geschlecht oder einem anderen Eintrag eher zugehörig fühlt, dann kann eine Rückänderung des Eintrags erfolgen, allerdings nicht vor einem sogenannten Sperrjahr. Das heißt, wenn ich einen Eintrag vorgenommen habe, dann bin ich ein Jahr von einer Rückänderung ausgeschlossen. Interessant ist vielleicht auch noch mal zu wissen, welche Bereiche dieses neue Gesetz ausdrücklich nicht berührt. So wird es beispielsweise Sportverbänden ausdrücklich freigestellt, ob sie beispielsweise einer biologisch als Mann geborenen Person, die dann rechtlich eine Frau ist, es zugestehen, in beispielsweise einem Leistungssportbereich der Frauen teilnehmen zu lassen. Auch im Bereich der besonderen Schutzräume und Veranstaltungen gilt auch weiterhin, dass die Veranstalter eigene Regeln machen dürfen. So könnte beispielsweise der Betreiber einer Frauensauna vorsehen, dass Zutritt zu dem Saunabereich nur Menschen ohne primär männliche Geschlechtsmerkmale haben dürfen. Und zum Schluss muss man auch sagen, sieht dieses Gesetz keinerlei medizinische Rechte oder Verpflichtungen vor. Und somit denke ich, sind viele Zweifel und viele Kritikpunkte, die es im Vorhinein an diesem Gesetzesvorhaben gab, wahrscheinlich bereits zerstreut. Meine persönliche Meinung ist, dass dieses Gesetz für den ganz, ganz überwiegenden Teil unserer Gesellschaft völlig irrelevant ist, während es für eine verhältnismäßig kleine Gruppe von Personen sehr, sehr wichtig, ein wichtiges Anliegen ist. Und daher gehe ich auch davon aus, dass völlig zu Recht dieses Gesetz auch erlassen wird, in Kraft treten wird und wahrscheinlich auch sehr unaufgeregt uns in Zukunft einfach begleiten wird.